Alter, die Schritte hören sich so nah an, weil der unter mir ist. Drei Stück, okay. Drei Stück. Oh. Stirb. Oh. Alter, warum sind da so viele? Kidding me. Okay, Ari, viel Spaß beim Zocken, was auch immer du zockst gerade. Hier, Drei! Geh runter. Alter, die ist überhaupt nicht brutal. Du, Leute! Äh, du Leute, vor allem. Wollt ihr nicht zufällig da unten hin? Das wäre voll nice. Wenn ihr jetzt alle da hingeht. Habt ihr das jetzt alle gehört? Nein. Sehst du was? Oh, cool. Na komm, du bist doch noch da hinten in der Ecke, oder nicht? Na gut. Ich hätte gerne alle auf einem Haufen. Drei. Drei. Klappt's vielleicht jetzt? Vorsichtig! Ich würde sagen, ich habe da hinten auch jemanden gesehen. Hinter der Wand ist einer. Ich würde mich verarschen. Alter. Ich weiß, dass da hinter der Wand einer ist. Warum kommt denn der nicht raus? Hinter der Wand, da ist einer. Und da unten ist einer. Der kommt jetzt hoch. Nein. Das ist die. Ja, das hört sich an, als wäre das von rechts. Da. Da ist einer. Da ist einer. Und da irgendwo. Wo kommst du denn durch her? Immer wieder nett, dass du warten, bis du geschossen hast. Ja, finde ich auch. Ah. Oder mir den Rücken zu drehen. Finde ich auch gut. Ey, Leute. Könnt ihr mal bitte eine Etage höher kommen? Das wäre voll nett. Ähm. Der unter mir macht mir Angst. Ja. Okay. Gut. Die wollen nicht. Dann suche ich jetzt erstmal. Wer nicht will, hat Pech. Da ist einer. Alles, ich habe nichts zum Werken. Suchen wir alles ab. Verdammt. Really? Really? Hey. Warte, ich muss nachfahren. Danke. Granate. Aber die hat nichts gebracht. Die anderen sind auch gut dahinten. Gibt es hier noch was zum Lügen? Frag mich. Ich finde eh nur noch zwei da. Ist mir egal. Das wäre jetzt keine gute Idee gewesen. Aber hier kann ich. Oh, das ist ja fies. Oh, das ist ja fies. Wo ist die Pfeife? Da ist die Pfeife. Danke. Da ist die andere Pfeife. Das ist ja noch eine Pfeife. Achso, du bist... Bist du schon? Nein. Nein. Stirb. Noch eine Pfeife? Okay. Nee. Der Charakter sagt... Okay, dann ist alles okay. Was mit dem Rücken zu dir steht, ist kein leichter Kill für dich. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, zu zielen mit Controller? Habe ich schon immer gehasst. Ja, was? Halt mir fest. Granate kein Kill, steht mit dem Rücken zu dir kein Kill. Schwieriger Schusskill. Heißt das, ich bin gut? Passes zu zielen mit Controller. Also gerade solche Spiele würde ich eigentlich... Der einen Seite hier zum Rumlaufen und so ist es angenehm mit Controller. Aber das Schießen würde ich echt lieber mit Maus und Tastatur machen. Aber es bleibt ja hier leider nicht. Sonst übrig. Ich mag es halt kompliziert. Ich bin kompliziert. Critical Arts. Danke. Ich bin damit nicht alleine. Yay. Voll, 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 voll. Was kann ich denn herstellen? Kann Charly machen. Das ist gut. Kann Charly machen. Das kann ich nicht mehr machen. Das kann ich machen. Schön. Kann ich, glaube ich, das hier mitnehmen? Nein. Okay. Dann halt nicht viel. Das kann ich mitnehmen. Ich brauche Munition. Munition. Bitte. Wo du ich? Kann man bestimmt. Aber ganz ehrlich, auf der einen Seite... Ich liebe es halt, solche Spiele mit Controller zu spielen. Wegen dem Rumlaufen. Das ist dann irgendwie doch wiederum angenehmer. Oder die... Also Spielen an sich ist angenehmer. Das Einzige, wo ich halt wirklich Maus und Tastatur bevorzugen würde, wäre diesen zum Zielen. Wobei ich sagen muss, mit dem Pfeil und Bogen kriege ich es besser hin, als mit der Sohle. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja gut. Zielhilfe könnte ich ja rein theoretisch einstellen. Aber ganz ehrlich, die ist es mir irgendwie zu... Ich nicht. Dann stelle ich mich lieber beim Ziel in Doof an. Muss ich hin? Wie? Nein, ich habe jetzt hier so viele Menschen getötet. Wüsste ich gerne auch, wo ich hin muss. Gehe mal davon aus, dass ich irgendwo raus muss. Bin ich noch irgendwie höher. Oh, nee, ist voll. Die Etage hier habe ich jetzt abgesucht. Hier ist nichts. Wieder runter. Hier war ich auch überall. Hier war auch nichts. Hier muss ich, glaube ich, lang, oder? Anders? Jetzt muss ich runter zur Straße. Ja. Verstehe. Batsi! 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 Ich habe jetzt einfach sicher, als habe er die Taste die ganze Zeit gedrückt, weil ich dachte, ich muss die Tasse drücken. Okay. Solid. Owen! Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt. Bestrichen. Ey, voll der Romantiker hier. Typische Game-Gegner, haben endlos Munition, gehst du looten, haben sie keine mehr. Ja, das ist doch normal. Oder sie haben irgendwelche komischen Sachen dabei. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail. Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Mhm. Ich glücksfels. Estelle ist auch hier? Äh, draußen mit Mel. Äh, lol. Sie müssen doch Grobkörper das machen. Hey. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Oh. Äh. Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Okay, die sind hier schon gar nicht mehr zusammen. Was? Gegner schießt die ganze Zeit mit Gewehr. Izzy lootet einen Pfeil, drei Hühnereier und eine Revolverpatrone. Ja. Sag ich doch. Man lootet immer genau das, was man braucht. Wie kommst du jetzt auf Hühnereier? Du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh. Hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja. Sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Okay, nee. Da gehen wir gleich rein. Weihnachtspusik. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Oh Gott. Okay. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran? Na klar doch. Ich verliere. Locker. Hä? Ganz locker. Are you kidding me? Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Ja, versuch. Auf die Schnelle irgendwie. Wow. Ist das hoch? Isaac wäre beschämt. Oh, gut gemacht. Ey. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. Liegen. Beschissen. Heilige Scheiße. Fünf. Was geschafft er? 30 Sekunden. Achso, ich hab voll viel Zeit. Mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Hautsch. Also, es tut mir schon weh. Noch einer. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. Komm schon, komm schon. Du machst das so gut. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Nur noch 10 Sekunden. Aber wo? Sag mir, wo die ist. 5, 4, 3, 2, 1. Scheiße. Ey, das zählt noch. Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Ja, den habe ich wohl übersehen. Ne, er hat nicht mehr gezählt, schade. Eier wären meine Waffe der Wahl. Eignet sich zum Essen als Ablenkung und hat gekocht als Waffe. Okay. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Daryl? Ja. Mach einen auf Daryl. Der der Beste. Okay. So cool. Oh Gott, hör mir auf mit Pink. Schwarz gerne, ja. Mit Pink. Ah. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. War Nausinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Hm. Sie ist, äh, verrückt nach Weihnachten und... Wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte... Jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben... diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist ne Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay. Aber selbst wenn er wirklich da ist... und du ihn findest... weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist. Stimmt's? Sagst du's den anderen? Es sind alle an Bord. Mail eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam. Klar? Klar. Ja. Ja. 嫌. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heiß ich gar nicht Hier Hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier die Tasse drücken. Und diese komischen... Wie hießen die jetzt nochmal? Den Namen schon wieder vergessen von diesem komischen, ekelhaften Ding an, ey. Oh, voll widerlich! Oh, voll widerlich! Lass, du siehst du mal! Aber das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es gezeigt wurde.